Ja, wo ist denn hier der Knopf? Hallo und einen wunderschönen Mahlzeit. Mahlzeit ist gut. Hier sind die aussätzlichen Zauberer. Heute mit dem John. Und dem Dick. Und wir sind immer noch nicht richtig wach, merke ich gerade. Wir sind schon wieder so langsam und müde. Aber es ist 2020. Das ist nicht unser Jahr. Definitiv nicht. Man wird halt auch älter. Was ja kaum geht, weil wir sind ja schon alt. Da gab es ja letztens in der Frindfoto, glaube ich, war das. Nee, nee, nee. Wochendämmerung. Beim Schluss, beim Vorlesen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Das ist eigentlich auch ein Schmann. Weil eigentlich ist es, auf Fotos ist man immer jünger. Das ist eine Tatsache. Weil wenn du ein Bild machst, Zeit vergeht. Das ist eine Zeitmaschine. Genau. Und deswegen bist du auf Fotos immer jünger. Ja, man sieht nicht nur jünger aus. Obwohl, es gibt auch Leute, die sehen, wie sie jünger waren, auch jünger aus. Es gibt auch Leute, die sehen älter aus, wenn sie jung gewesen sind. Ich sehe auch oft alt aus. Ich habe auch früher schon sehr alt ausgesehen manchmal. Ja. Je nachdem, was passiert ist und so. Genau. Ja. Ja, du hast gesagt, du hast ein Thema, über das wir schon mal was hatten, wo es Neuigkeiten gibt. Ja, und zwar aus verschiedensten Gründen mal wirklich interessant. Also wir hatten ja vor etlichen Monaten, Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich, hatten wir mal dieses Thema geiles Spielzeug, diesen Enki-Vektor oder davor gab es ja den Enki-Vektor, das ist so ein kleiner Roboter, der so rumfährt und Piepsgeräusche macht und so ein schönes Face hat, so mit Augen und ein bisschen Kisten schieben. Da gab es so eine Vorversion, war dieser Enki-Cosmo, war die billigere, einfachere Variante und da haben wir schon mal drüber berichtet, weil das Ding so knuffig ist und dann wollten wir uns das besorgen und so und dann kam ja hervor, weiß ich jetzt nicht, knapp irgendwann Ende letzten Jahres kam dann die Meldung, dass Enki, also die Firma Enki aufhört. Also ich sage jetzt mal, kein Geld mehr hat, nicht genug verdient hat, im Prinzip die Produktion komplett einstellt. Einmal für diese Roboter, was von denen auch kam, was auch ein cooles Spielzeug ist, ihr kennt von früher noch diese Carrera-Bahnen. Carrera gibt es ja immer noch, die Bahnen von Carrera waren ja immer so schienengeführt, also du hast so Autos mit unten so einem Plastiknoppel und in den Straßen waren so praktisch so Vertiefungen drin, sodass die Autos praktisch immer so einen Weg lang gefahren sind. Also man konnte da nicht einfach frei hin und her fahren, da gab es so eine Super. Außer die Carrera-Servo. Da gab es die Carrera-Servo, aber mein Bruder hatte so eine und der war nicht wirklich begeistert. Also es hat nicht wirklich schon mal funktionieren. Ja, der hat ja Folgendes gemacht, die hatten vorne quasi wie einen Magnetschalter oder wie ein Relais und die haben quasi sich abgestoßen an der Leitplanke und haben den rübergeschubst an die andere Seite. Also der war mit Magnet geführt. Es gab auch welche, die das Rad kurz rüber gesprungen haben. Ja, und die haben sich dann zusätzlich mit abgestoßen und heute geht sowas, autonome Fahrzeuge. Genau, und Enki hat das nämlich genau so gemacht, die hatten autonome Fahrzeuge, die sind im Prinzip einmal die Bahnen, die man frei aufbauen konnte, also auch verschiedene Musterbahnen legen konnte, war nicht alles vorgegeben, konnte man auch erweitern und so, also ähnlich wie bei Carrera. Da sind die dann einmal abgefahren, dann haben die sich im Prinzip diese Strecke gemerkt und dann sind die im Prinzip automatisch gefahren. Also man musste die nicht, um auf der Spur zu bleiben, lenken. Also die haben es selber gelenkt. Das Einzige, was man machen konnte, war dann tatsächlich überholen, also praktisch die Spur wechseln und so kleine Gemeinheiten machen. Also abdrängen oder auch, es gab dann wohl auch Fahrzeuge mit irgendwelchen Patronen, wo man schießen konnte, lauter so ein Krempel. Also es gab da schon verschiedenste Sachen. Das Ganze hat dann auch immer nur mit einem Telefon zusammen. Also man musste ein Smartphone haben, das war dann das Teil, was dann im Prinzip so die Befehle an diese Bahn weitergegeben hat oder an die Fahrzeuge weitergegeben hat. War dann per Bluetooth irgendwie miteinander gekoppelt, also schon eine ganz nette Sache. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her war halt cool, war halt modern, war halt autonomes Fahren und so, war schon ganz viel drin. Lag ungefähr so auch bei dem Preis, wie eine gute Carrera-Bahn gekostet hat. Also man hat so ein Einstiegsding für 150, 200 Euro irgendwie kaufen können und dann konnte man das auch erweitern und so war okay. Und genau dieselbe Firma hatte halt diese beiden Roboter-Teile, die so auf Ketten, Gummiketten durch die Gegend fahren und dann halt wirklich mit dir interagieren. Die etwas größere Variante, dieser Vektor, der war halt so aufgebaut, dass du da tatsächlich kleine Programme reinspielen konntest und der über Cloud-Lösung, also ein zentraler Server wurde da angefragt, hatte dann wirklich mit künstlicher Intelligenz dann auch ein paar Sachen, ein paar Spielereien zusätzlich machen können. So, jetzt warum erzähle ich das? Weil, ich habe ja gesagt, diese Firma gibt es eigentlich gar nicht mehr. Jetzt wissen wir alle, was passieren wird. Das ist halt dieses Lock-it-in-Problem, wenn man sich mit Cloud auseinandersetzt, kennt man das. Man hat alles bezahlt, wunderbar, das funktioniert. Jetzt macht diese Firma bankrott oder hat keinen Bock mehr auf dieses Produkt oder was auch immer. Jedenfalls, diese zentralen Server werden irgendwann abgeschaltet. Das wird demnächst passieren oder ist, glaube ich, sogar schon passiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden dann diese ganzen Funktionen natürlich dann auch eben nicht mehr funktionieren. Also das meiste, was dieser Vektor kann, wird es dann einfach nicht mehr geben. Der wird einfach Alzheimer bekommen. Weil das bisschen, was er lokal da verarbeiten kann, das ist halt nicht wirklich viel. Und das Ding hat mal irgendwie 300 Euro oder sowas gekostet oder war sogar noch teurer. Also ist schnell Geld in den Sand gesetzt. So, und jetzt kommt die Meldung und das fand ich dann halt wirklich genial. So eine kleine Gruppe, Firma aus Pittsburgh, glaube ich, sind die. Ich muss gerade mal nachgucken. Ja, ich meine, Pittsburgh ist es. Die haben die Rechte an diesem Vektor gekauft. Also nicht an dem Cosmo und nicht an dem Overdrive, sondern nur an diesem Vektor-Roboter-Teil. Haben die Rechte daran gekauft und dann ja im Prinzip angekündigt, die zentralen Server praktisch durch lokale Software-Versionen zu ersetzen. Ja, das ist das, was sie vorhaben. Und dazu sind sie jetzt eben hingegangen und haben einen Kickstarter gestartet. Auf Kickstarter eben einmal die Möglichkeit mitzumachen für relativ wenig Geld, nur um diesen zentralen Server praktisch wegzukriegen, also lokale Server dann dazu zu bekommen, sodass man das Ding noch benutzen kann. Und mit ein bisschen mehr Geld kann man auch zusätzlich noch das Development-Kit dazu bekommen. Development-Kit heißt, dass man dann eben diese kleinen lokalen Programmelchen, die auf dem Vektor laufen, die dann eben eigentlich auf diese zentralen Server zugegriffen haben und dann die Rechenleistung abgegriffen haben, dass man solche Software auch selbst schreiben kann und nutzen kann und die auch anbieten kann. Anbieten heißt, im Prinzip auch für Geld anzubieten. Also zu sagen, okay, ich habe hier ein super kleines Programm geschrieben, mit dem kannst du jetzt irgendwie das Ding rechnen lassen. Also du sprichst mit dem und sagst, rechne mir mal 5 plus 5 zusammen oder so oder irgendwie sowas in der Art und er sagt dir dann, was für ein Ergebnis ist. So Sachen kann man sich vorstellen und dann eben über diese App-Plattform von dieser Firma dann tatsächlich das anzubieten, zu sagen, okay, gib mir 5 Euro, kriegst du das Programmlichen oder vielleicht auch sogar den Quellcode oder was auch immer. Kannst du ja alles mögliche dazu überlegen. Also diese Kickstarter-Kampagne läuft gerade. Dieser Server, ich gucke gerade mal, dass ich hier nichts Falsches sage. Also diese Escape-Pod, so heißt Vektor Escape-Pod License, kostet 47 US-Dollar, also 44 Euro rum. Dann diese, die Open-Source-Development-Kid-Geschichte kostet 97 US-Dollar und beides zusammen plus noch so ein bisschen zusätzlichen Krempel, also dass man ein paar Programme umsonst bekommt und so. 100, ich weiß jetzt nicht mehr, es wird mir nicht mehr angezeigt, weil ich habe es geklickt, deswegen kriege ich es nicht mehr angezeigt. Ich glaube irgendwie 110 Euro. Also das ist alles relativ überschaubar. Finde ich genial, weil logischerweise dieser Vektor auch im Moment total billig angeboten wird, weil da kann ja kein Mensch mehr was mit anfangen. Den kannst du kaufen, dann kannst du ihn in die Ecke stellen, dann piepst du ein bisschen vor sich hin, aber Großbrachen tut ja nichts mehr. Deswegen sind die vom Preis her runtergegangen, hat immer irgendwas um 300 rumgekostet und mittlerweile kriegst du ihn für unter 100 Euro. Also jemand, der Bock hat, mal mit KI ein bisschen rumzuprobieren, das auch gleich irgendwie so ein bisschen in eine sinnvolle Geschichte einzubauen, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Wir werden die Links dazu liefern und wie gesagt, im Moment finde ich diese Kampagne halt genial. Ich hoffe, dass die das auch alles sauber hinkriegen. Also die Firma heißt Digital Dream Labs und so wie ich das verstanden habe, sind die schon locker über das Doppelte von dem, was sie haben wollten, raus. Also mit Sicherheit wird das weitergehen. Also Crowdfunding ist da eine gute Idee, aber an der Stelle, weil es dazu passt, Vorsicht mit Dingen, die nur über die Cloud funktionieren. Ja, das ist ganz klar das Thema. Die Daten, die ich selber habe, den Code, den ich selber in der Hand habe, da habe ich was von. Also zumindest als Spielzeug geht ja, aber man muss sich darüber im Klaren sein, nur über bestimmte Zeit. Und wenn du deine Existenz davon abhängst, also sozusagen als Firma sich von einer Cloud abhängig zu machen, kann fatal sein. Denn, was natürlich ein Nachteil ist, ist, wenn man es dann doch macht aus irgendwelchen Gründen, spielt es natürlich den Großen alles in die Hände. Das heißt, weil die werden halt überleben, was natürlich auch schade ist, was in so einem Oligopol oder was endet. Das heißt, so die Großen überleben, die Kleinen, die gute Ideen haben, die geben wahrscheinlich auf. Wobei, vielleicht kommt dann doch irgendwann mal wieder die nächste Iteration, wo was Besseres kommt. Und die sind zumindest auch nicht gesichert, dass sie für immer da sind. Also was mir an dem Beispiel eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass neben dem, dass es natürlich jetzt eine super Möglichkeit ist, so Maker-mäßig mal ein bisschen zu programmieren, was auszuprobieren, was zu machen. Was auch schon in was Lustigem münden kann. Also mal so als Beispiel, was das Teil kann, das Ding hat eine kleine Kamera, du kannst Gesichtserkennung machen, das erkennt verschiedene Leute im Haushalt und solche Dinge. Also man kann da wirklich schon eine ganze Menge mit tun. Also neben dem, dass man da jetzt so mal Maker-mäßig was zu tun bekommt, gefällt mir an dem Beispiel halt ganz gut, dass man genau diese Problematik mal sieht. Da kaufst du dir für 300 Euro ein Spielzeug, denkst, super cool. Erstens, das erste Problem, was Datenschutz dann schon gleich angeht, die Gesichtserkennung war auch keine, die lokal abgelaufen ist, sondern auch nur über die Zweifel ging. Also da hast du schon mal das Thema und dann hast du gleich auch noch das Thema, dass du auch gar keine Möglichkeit hast, da irgendwas eben nicht zu benutzen. Also das Ding ist praktisch unbrauchbar, wenn du eben nicht diese zentralen Server nutzen willst. Und das Dritte, was mir halt ganz gut gefällt, ist, dass diese Community halt so geil ist. Also dieses Maker-Ding, so Kickstarter und so, diese Crowdfunding-Geschichten, einfach weil dadurch Möglichkeiten sich eröffnen. Normalerweise kannst du das eigentlich vergessen. Ja, wenn so eine Firma zumacht, dann ist das halt rum. Was halt lustig ist, dass die sich da hingestellt haben und haben gesagt, okay, wir versuchen da mal an den Quellcode ranzukommen. Wir versuchen da mal Geld zu investieren, weil die können da eh nichts mehr mit anfangen. Und dann machen wir da nicht irgendwie wieder selber was draus, sondern wir wollen das der Community zur Verfügung stellen. Wir wollen was mit der Community zusammen machen. Und dann eben von vornherein eben keine zentralen Server mehr, sondern von vornherein war es für lokal, für dich zu Hause. Und dann, ich sage jetzt mal, das ist ja heutzutage kein Problem, da holst du dir einen Raspberry 4 und hast genug Rechenleistung, um das Busy-Software, das du da zentral auf dem Server zum Laufen hast, für deinen einen Enki, den du da hast, hast du das locker. Ja, also kriegst du das hin. Also das finde ich halt auch bemerkenswert. Deswegen fand ich diese Entwicklung es zumindest mal wert hier erwähnt zu erwähnen. Allerdings natürlich für manche Leute nichts, die sich nicht so in die Technik einarbeiten wollen. Aber da fällt mir gerade dazwischen noch ein bei Sachen, die so discontinued, die aufhören. Carcassonne auf iOS. Ja, wird nicht mehr weiter gemacht. Die zehn Jahre sind um, die Lizenz wechselt jetzt. Das heißt, die Coding Monkeys, auch bekannt über den Podcast Fanboys. Schöne Grüße an euch. Die haben ab 1. März, müssen sie raus aus dem Store, aber die halten das dann auch am Leben. Also das ist jetzt ein Thema, ist nicht, dass die pleite werden oder irgendwas, sondern das ist halt ein Lizenzthema. Bei so Spielen, best game ever auf iOS, muss ich sagen. Beste Umsetzung, die ich kenne von dem Brettspiel. Und ich spiele das seit dem ersten Tag, an dem es rauskam, ununterbrochen. Immer mindestens ein Spiel. Mein höchst parallelisiertes Spielen war, ich habe mal 35 Spiele gleichzeitig parallel gespielt. Das ist ja wahnsinnig. Also wie gesagt, das wird weiter laufen. Die haben jetzt eingebaut, ins letzte Release eine Möglichkeit zu spenden. Ich werde da spenden. Die Server laufen mindestens ein Jahr weiter. Und ich glaube, das kriegt man hin, dass das länger läuft. Und wer gerne Carcassonne spielt, meldet sich bitte bei uns über unsere Website oder über Twitter. Können wir gerne zusammenspielen. Wie gesagt, ich spiele immer mindestens ein Spiel meistens. Also ich habe das auch, ich spiele es nicht so häufig. Mehrere gleichzeitig. Einfach aus Zeitmangel und angemessene Gegner, weil ich bin nicht gut. Ich auch nicht. Dann bin ich immer sehr frustriert, weil ich da immer unerferner lief. Ich habe erst heute Nacht wieder verloren. Aber du verlierst mal. Ich verliere da immer, wenn andere mit mir spielen. Aber man kann auch mit dem Ding selbst spielen. Also man muss nicht unbedingt mit anderen Gegnern. Aber das Schöne, also warum ist da Spenden schon auch wichtig? Weil ich denke, was halt echt ein Thema ist. Die APIs bei Apple passen sich ständig an. Und das ist nicht ohne Pflegeaufwand am Leben zu erhalten. Also das heißt, da müssen Leute Quellcode anpassen. Da müssen Leute Dinge ändern und anpassen und machen und tun. Das ist Aufwand. Das kostet Zeit. Und von daher denke ich mal, so etwas ist definitiv wert, mal ein Fünfer oder ein Zehner rauszuräumen und zu sagen, hier, okay, da lege ich mal was in den Pott mit rein, dass das mal eine Zeit lang noch weitergeht. Ich sage jetzt mal als Beispiel, die letzte große Änderung, dass, glaube ich, 32-Bit-Code gar nicht mehr unterstützt wird. Und das heißt natürlich für jemanden, der dann so Programme da im Store hat, dass er damit rechnen muss. Und das ist auch so, dass die irgendwann rausfliegen, auch nicht nur nach zehn Jahren als generelles Zeitlimit, sondern weil der Code letztendlich überhaupt nicht mehr vom Betriebssystem unterstützt wird. Also wie gesagt, und wer gern spielt, meldet sich. Mal gucken, wie schnell wir mit dem Veröffentlichen sind. Also ich verstecke gerade noch ein paar Versionen. Also ich habe mit ein paar Leuten jetzt, die sich dafür interessieren, denen habe ich das jetzt geschenkt, weil das ist es mir wert, dass das weiterlebt. Das ist auf jeden Fall eines der schönsten Programme, fand ich schon damals. Das sieht halt aus wie Carcassonne, also so wie das Brettspiel. Das verkehre ich halt sehr gut. Und das ist wirklich mit viel Liebe gemacht worden. Besser geht es nicht. Und liebevoll umgesetzt, da gibt es auch viele Podcasts drüber. Und ja, wie gesagt, ich spiele seit dem ersten Tag ununterbrochen und kann mir das gar nicht an sich vorstellen. Und es geht weiter, egal wo ich auf der Welt bin. Es reicht, um eine Karte zu legen. Okay, eins kann ich euch sagen, mehr als 20 Spiele parallel ist schon schwierig. Und manche Spiele haben sich auch über ein Jahr hingezogen, aber es ist halt wie so Briefschach. Das erinnert mich, man lässt das halt dann weitergehen und das geht auch. Und das ist so, es ist echt gut. Dann Datenschutz-Team, haben wir da auch was. Jo, ich habe eine Sache, die mir jetzt hier die Woche über den Tisch geflattert ist und aus verschiedensten Gründen, weil das ein Thema ist, mit dem ich auch immer mal wieder zu tun hatte. Und zwar mal allgemein generell ist es immer wert, mal auf die verschiedenen Homepages von den Datenschutzbehörden zu gehen. Wir haben ja Landesdatenschutzbehörden, die einen oder anderen sind auch sehr, sehr agil unterwegs und machen da eine ganze Menge in verschiedensten Bereichen. Und eine, die mir jetzt diese Woche rübergerutscht ist, ist die von dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Den Link liefern wir natürlich auch mit. Und zwar neue Musterlösungen für den Datenschutz im Praxisalltag. Und gemeint sind hier ärztliche und psychotherapeutische Praxen. Was ganz interessant ist und nett ist, weil gerade die tun sich doch sehr, sehr schwer mit relativ einfachen Geschichten. Sei es nur, wie muss ich meine Mitarbeiter entsprechend belehren, bestimmte Dinge zu tun oder nicht mehr zu tun. Wie gehe ich mit bestimmten Einverständniserklärungen um? Wie kann ich Verträge mit meinen Supportern eingehen, sodass ich da sauber arbeite und nach der DSGVO da auch nichts Großes zu befürchten habe. Und die haben neben diesen Musterlösungen, die sie da anbieten, halt unwahrscheinlich viel auch an Erklärungen und so mit bei. Und bieten darüber hinaus auch gleich ein paar Links und Hinweise, die wohl auch mit von denen unterstützt werden, zu Schulungen und zu Praxisgeschichten ein. Also es gibt Veranstaltungen für Ärzte und Ärztinnen, es gibt Veranstaltungen für psychologische und psychotherapeutinnen und Therapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen und so weiter. Also da wird eine ganze Menge angeboten. Und es ist wirklich sehr, sehr ausführlich beschrieben und gemacht. Also jeder da draußen, der irgendwie jemanden kennt, der eine Arztpraxis hat oder da mit zu tun hat oder selbst eine betreibt, guckt euch das an. Das hilft definitiv weiter und ist wirklich für die Praxis, also für das Operative, für das tägliche To-Do eine ganz gute Hilfestellung. Genau. Jo, ich war gerade abgelenkt. Wobei, ich zuck dann auch immer, wenn du sagst, den Link legen wir euch bei. Schick dir den. Ja, machen wir. Machen wir. Ist immer nur die Bearbeitung von Podcasts macht auch Arbeit. Ja, klar. Ich muss da weiter automatisieren. Ja, was ich so noch habe, ich verlinke das auch, so ein Jahresrückblick auf die Top 10-Verstöße der DSGVO hier von Project 29. Es gibt auch noch andere Datenbanken, also mittlerweile, es gibt geile Services. Man kann danach gucken, in welchem Land hat wer wie viel Strafen kassiert und so weiter. Und so jetzt 2019, die Top 10. Ja. Die Nummer 10. Das Hager Hospital in Den Haag mit 460.000 Euro. Auf Platz 9 die DSK-Punk. Was heißt denn DSK-Datenschutzkonzept? Nee. Die DSK-Punk mit 510.000 Euro. Morelia.net mit 640.000 Euro auf Platz 8. Die UWV, das finde ich spannend, mit 900.000 Euro. Das ist eine niederländische Regierungsbehörde. Scheinbar haben die Niederländer das anders umgesetzt, weil in Deutschland und Österreich zum Beispiel gehen die Behörden geldfrei aus. Dann auf Platz 5 die Deutsche Wohnen SE mit 14,5 Millionen. Ich glaube, da hat man drüber berichtet. Und auch Platz 4 die österreichische Post mit 18 Millionen Euro. Auf Platz 3 Google mit 50 Millionen Euro. Auf Platz 2 Marriott International. Die haben sich ganz viele Daten klauen lassen. Ich glaube, von den Datensätzen sind die auch unter den Top 10 von der Anzahl mit 110 Millionen Euro. Und die Nummer 1 British Airlines mit 204,6 Millionen Euro. Mal gucken, was jetzt nach dem Brexit ist. Da haben wir dann die Engländer wahrscheinlich nicht mehr vorne dran. Also das ist noch in Diskussion. Könnte sein, dass Großbritannien als anerkannter Drittstaat irgendeine Regelung erfährt. Oder Boris Johnson hat da was durchklingen lassen. Er will auch den Datenschutz bleiben lassen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil die dann andere Probleme haben. Aber müssen wir mal gucken. Weil da müssten es die Firmen selber lösen über die EU-Standard-Vertragsklauseln. Vertraglich, was dann auch schwierig ist. Also da muss man beobachten. Aber bis Jahresende soll es ja eine Übergangslösung geben. Wobei, wenn man überlegt, wie lange die jetzt da rumtun, schon bin ich mir nicht sicher, dass das so schnell... Das wird nicht das oberste Thema sein im Moment. Nee, das wird aber eins der Themen sein, die zu regeln sind. Weil ansonsten wird das schwierig. Aber wie gesagt, man kann es dann auch auf die einzelnen Unternehmen abwälzen. Was dann aber auch schwierig sein wird. So. Genau. Dann... Eins habe ich noch. Ja, mach du. Ja. Und zwar gab es eine schöne Meldung. Und zwar... Ich habe mir das jetzt inhaltlich noch nicht so tief angucken können. Fand es aber grundsätzlich schon mal interessant. Und zwar, wie man... Bilderkennung, also Gesichtserkennung anonymisieren kann. Okay. Und zwar indem die Gesichter, über die dann letztendlich gelernt wird, beziehungsweise über die dann Gesichtserkennung laufen müsste, im Prinzip so verändert werden, dass sie keinem mehr zugeordnet werden können. Also die Idee ist im Prinzip so, alle biometrischen Merkmale aus dem Gesicht heraus zu kriegen. Und somit dann, ich sage jetzt mal, ein Gesicht zu bekommen, was mehr wie, ich sage jetzt mal, 5, 6, 7, 10, 100, 1000 Personen zugeordnet werden kann. Das ist ganz verblüffend. Es gab einen Bericht da auch unter anderem bei Heise. Ich habe es aus dem Technology Review, wo mal gezeigt wurde, das reelle Bild und dann das anonymisierte Bild von einer Frau. Und also das sieht alles noch nach normal aus. Also es ist jetzt nicht so, dass sie so verfremdet wird, dass man da irgendwie sagen müsste, da wüsste ich jetzt überhaupt nichts mehr mit anzufangen. Oder ist das noch ein Mensch oder ein Teddybär oder keine Ahnung, sondern das sieht schon noch aus wie eine Frau. Und sie hat auch noch für mich jedenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Original. Welches ist das Original? Das Original ist das linke und das anonymisierte ist das rechte Bild. Das ist interessant. Also sagen wir so, es ist wahrscheinlich keine Dauerlösung, weil es wird irgendwann KI geben, die sowas auch wieder überlistet. Aber wenn das gut ausgelegt ist, dann verfremdet es genau so, dass die heutigen Standardtechniken das nicht erkennen, oder? Habe ich das so verstanden? Ja, genau. Das Problem, was im Moment besteht, ist, dass das natürlich jetzt nicht irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit ist und irgendeiner da sich toll was überlegt hat, sondern das wird angeboten von der Firma. Die heißt Clearview. Okay, okay. Oder die Software heißt Clearview. Das sind die. Die ID, genau. Die ID heißt die Firma und das Ding heißt Clearview. Also das Problem im Moment, für mich ist da zunächst mal, jetzt mal unabhängig davon, funktioniert das oder funktioniert das nicht, das finde ich schon super interessant. Aber das Problem im Moment ist tatsächlich, dass die Anonymisierung selbst natürlich bei denen stattfindet und das ist keine Software, die, ich sage jetzt mal, durch Transparenz glänzt. Also wir wissen nicht, wie es genau gemacht wird, das sagen sie auch nicht, weil es ja natürlich logischerweise wieder geistiges Eigentum hat sich ja einer irgendwas beigedacht. Ach, die wollen natürlich Geld damit verdienen. Also so das typische Problem. Okay, mag vielleicht eine ganz gute Lösung sein, aber Problem, hier will jemand Geld verdienen und es wird dann auf einem zentralen System letztendlich dann auch umgesetzt. Das heißt, die eigentliche Anonymisierung ist wiederum ein Vorgang, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Muss man sich mal angucken. Ich finde es von der Idee her auf jeden Fall schon mal super interessant. Ich denke, es ist es wert, mal im Auge zu behalten. Ja, wobei, ist das nicht, ist das dasselbe Clearview, die die Daten sammeln und dann die Behörden verkaufen? Sind es die? Das weiß ich nicht, kann schon sagen. Weil da gab es doch jetzt die Meldung. Also deswegen, wenn wir jetzt mal gucken, müssen wir nochmal angucken, ob das die ein- und dieselben sind, weil da gab es doch jetzt auch ein Thema. Ach so, die die ganzen Bilder da eingesammelt haben im Internet und dann zugeagnet haben. Die sozusagen Rückauflösung für Social Media. Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Gehörden durchführen. Weil die Meldung hier ist relativ neu. Gucken wir uns nochmal an. Ja, gerne. Hier eine kurze Erklärung und Klarstellung. Das eine ist das Gesichtstracking mit eingebautem Datenschutz. Das ist das israelische Startup mit dem Namen DID. Und die haben also ein Verfahren entwickelt, mit dem Videos anonymisiert werden können. Das andere ist das Thema Gesichtsdatenbank, die die Firma Clearview aufgebaut hat und die hauptsächlich die Ermittlungsbehörden beliefert hat mit Gesichtserkennung. Und auch denen sind Daten abhandengekommen. Mittlerweile wurde der App von Apple blockiert und die sind dann sozusagen das Negativbeispiel. Genau. Dann andere Zwischenfrage. Was für einen Virenskinder nutzt du? Ich, da das Schlangenöl ist, gar kein. Also ich habe einen von der Arbeit, aber das Arbeitsgerät von der Arbeit interessiert mich nicht. Das ist jetzt, ja, das hat man auch nicht selber in der Hoheit. Genau, aber privat, ganz ehrlich, keinen einzigen. Und ich auch nicht, weil, wie gesagt, warum meinen wir, das wäre Schlangenöl? Ich fange jetzt mit der ersten These erstmal an. Und zwar statistisch gesehen und auch nachweisbar ist, dass sozusagen die Bedrohung, die wirklichen Bedrohung, die wir jetzt aktuell haben in der letzten Zeit, die kann der Virenskinder gar nicht verhindern, weil das, was sich weiter verbreitet, geht über andere Wege. Im Moment, das sind sozusagen die echten schwierigen Fälle, die sind Nutzerverhalten. Beziehungsweise, das gehört ja auch mit der Wahrheit. Oder gezielt angegriffen, das ist ein Thema, davor ist es schwierig zu schützen. Also ich halte mich da auch nicht so gut, dass ich das verhindern könnte. Und auf der anderen Seite halt so ein Thema, manche Sachen kann man durch Verhalten verhindern. Es macht schon Sinn, also gewisse Dinge könnte man scannen. Ich meine, ein Ding ist, was benutzt denn du für ein Programm zum Texte verarbeiten? Keynote und, wie heißt das von Apple? LibreOffice nehme ich. Oder du nimmst Pages. Pages, genau. Weil zum Beispiel ein Thema ist halt, es ist ja wieder in Makrovieren, also das heißt, ich automatisiere die beliebtesten Office-Dateien. Das ist halt so ein Punkt, das hat man bis heute nicht im Griff. Und das ist natürlich eine Mitursache, ist es, dass das in Unternehmen, wie hat es mal ein Kollege so schön ausgedrückt? Zuerst hat man die Leute abgebaut, weil man gesagt hat, der Computer ist billiger, man setzt den ein. Dann hat man festgestellt, nee, der Computer ist gar nicht billiger. Dann hat man die Leute die Computer selber mitbringen lassen, dass sie finanziert werden. Und was ist wohl der nächste Schritt? Also sozusagen dieses Thema. Und da man Software dann gemerkt hat, hat man nicht im Griff, weil eigentlich erzählen viele, es gibt Digital Natives, die sowas können. Nee, die können gar nichts. Das ist ein Gerücht, weil die Anzahl derer, die das verstehen und können, die ist nicht gewachsen. Sonst hat man keinen akuten Fachkräftemangel, der unter anderem auch noch damit verursacht ist, dass man besonders in Deutschland vor etwa 20 Jahren gesagt hat, Softwareentwicklung hier zu teuer, das kann man woanders hinschieben. Das merkt man jetzt, weil genau die 20 Jahre sind jetzt rum und jetzt hat man keine Leute mehr, die es machen können, weil die sind in Ruhestand beziehungsweise man hat halt keine mehr ausgebildet. Denn wenn ich aufgewachsen bin mit der Technologie und die bedienen kann, heißt noch lange nicht, dass ich sie verstehen kann oder herstellen kann. Das wäre ja, wenn das so wäre, dann hätten ja früher die Leute, die Stühle benutzt haben, Schreiner sein können, ohne es zu lernen. Also das wäre sozusagen eine ähnlich steile These. Deswegen hängt das anders zusammen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Kurve zurückkriege. Das heißt, ja, das ist ein Anwenderproblem und in Firmen, manche helfen sich dann halt nur noch über Makros. Das heißt, in großen Unternehmen sind Makros extrem verbreitet. Die sind deswegen angreifbar, die kann man aber auch nicht abschalten, weil man gemerkt hat, die IT, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Man kriegt sozusagen die IT-Entwicklung dann auch nicht mehr in den Griff und ohne gutes Know-how auch nicht. Deswegen muss man die Makros aktivieren und dadurch fängt man sich das ein. Das ist eines der Probleme, dass so ein Einfallstor ist. Aber warum ich jetzt draufkomme, ist, wenn, dann sollte ich mir installieren, den Virenscanner meines Vertrauens. Ja, Vertrauen. Warum solltest du da Vertrauen haben zum Virenscanner? Naja, das sind ja Hersteller, die im Umfeld der Security, der Sicherheit unterwegs sind. Das ist ja ihr Markt, das ist ja ihr Geschäft. Und da gehe ich doch mal davon aus, dass sie grundsätzlich ein Interesse daran haben, auch entsprechend vertrauenswürdig zu agieren und vertrauenswürdig nicht nur rüberzukommen, sondern eben vertrauenswürdig zu sein. Weil doch jedem klar ist, das ist auch genau so ein Argument, was gerne gebracht wird, das ist ja deren Existenz. Also wenn die anfangen, ich sage jetzt mal, komische Sachen zu machen, dann ist ja klar, dass die nicht überleben können. Weil das ja eigentlich ihr Geschäft ist, Vertrauen aufzubauen und Vertrauen auch zu beweisen und zu zeigen. Aber... Genau, also... Man kennt das ja, viele werden auch beworben, manche mehr oder weniger aggressiv. CC Cleaner kennt man. Oder man kennt auch viele kostenlose. Und so ein Virenscanner, das ist ja das Problem. Also es gibt noch einen technischen Aspekt, das heißt, ein Virenscanner, der hat sehr hohe Rechte, das heißt, eventuell kaufe ich mir dadurch auch noch ein Sicherheitsrisiko ein, weil, wenn ich dem Virenhersteller nicht vertraue, der kommt halt an alles ran. Der guckt in alles rein. Der nimmt das auseinander und CC Cleaner, hat man vielleicht schon mal gehört, Avast, der Hersteller, die haben jetzt mal diese Daten gesammelt und weiterverkauft. Also sagen wir mal so, die haben wahrscheinlich schon viel länger Daten gesammelt. Ja. Jetzt sind sie halt bei erwischt worden, dass sie so weiterverkauft haben. Genau. Und mit dieser Werbung und so weiter und als Finanzierung, wenn du nicht dafür bezahlt hast, bist du Teil des Produkts. Ja. Das heißt, die Leute haben mit ihren Daten bezahlt, schlechte Idee und vor allem mit, ja, Security-Produkten. Also das verstehe ich überhaupt nicht, aber vielleicht zeigt das auch mal wieder ein Unterschied. Datenschutz und Sicherheit ist vielleicht dann doch nicht dasselbe und wir haben vorhin, das war so, das war noch nicht mal die Pre-Show, das war die Pre-Pre-Show auf dem Weg herher. Uns da mal drüber unterhalten, über das Thema quasi kannst, kannst du eigentlich so einen Job oder wie gut bist du in den Job, wenn du nicht verstehst, um was es geht. Ja, genau. Also Datenschutz ist halt nicht, ist halt nicht Sicherheit. Das ist halt nicht damit abgehakt, dass ich ein paar Regeln befolge, sondern da muss ich auch verstehen, das ist der Hauptunterschied und viele verstehen das, aber leider nicht alle. In der Security, ich formuliere es jetzt mal so, wie es Normen und Standards formulieren. Also es gibt ja so ISO-Normen, DIN-Standards und so ein Gedöns. Das heißt, auch da stehen manchmal echt kluge Sätze drin, zum Beispiel beim Security-Management. Kümmere dich um deine Assets. Was ist ein Asset? Ein Asset ist sozusagen, das sind meine Werte im Unternehmen, die ich betrachte. Und da gucke ich halt aus der Security-Sicht auf die Information, auf meine Geräte und so weiter. Und zwar immer aus dem Blickwinkel des Unternehmens, wie schütze ich meine Werte. Und Datenschutz, wenn ich mache, das ist halt eine Grundregel, kann man auch nachlesen in Normen, aber auch im Gesetzen, in der DSGVO zum Beispiel. Da geht es halt um die Persönlichkeitsrechte des Nutzers, des Menschen, des Betroffenen. Das heißt, ich gucke da eben nicht drauf als Firma, was ist mir was wert, sondern nimm bitte die Perspektive ein, was kann mit dem Menschen oder mit dem Individuum passieren, wenn jemand die Dienste nutzt, was tue ich dem an und wie stelle ich das gegenüber, sozusagen, meinen Interessen und wie wäge ich das gegeneinander ab? Also sozusagen, wie weit kann ich gehen oder was sind sozusagen da die Prinzipien? Im Prinzip hast du genau genommen, hast du zwei Dinge zu betrachten. Also bei der typischen Analyse von Risiken für ein Unternehmen gehst du tatsächlich mit dem Blickwinkel drauf, was für Risiken hat dann tatsächlich das Unternehmen. Was würde passieren, wenn dem Rechenzentrum der Strom ausgeht? Was passiert, wenn jemand eine Festplatte klaut? Was passiert, wenn mein Auto, mein Dienstwagen geklaut wird? Oder was auch immer. Wenn jemand die Daten verliert oder wenn ich nicht mehr einschalten kann? Beim Datenschutz hast du natürlich das Thema dank DSGVO viel mehr wie früher, weil eben diese, ich sag jetzt mal, Strafen, die angedroht werden, die auch, haben wir ja eben gehört, auch schon verhängt werden, natürlich wesentlich größer geworden sind, hast du natürlich auch einen Unternehmensschaden. Nämlich wenn du deinen Datenschutz nicht gut machst, dann kann es dir passieren, dass du eine Strafe aufgepumpt bekommst, die Strafe bezahlen musst und die kann je nach Größe des Unternehmens schon ziemlich groß werden. Aber nichtsdestotrotz, warum hat man das bei der DSGVO überhaupt so gemacht? Weil genau diese Sicht einzunehmen, als Datenschützer in einem Unternehmen eben nicht nur auf die Unternehmensrisiken zu gucken, sondern eben auch auf die betroffenen Risiken zu gucken, also auf die, um die es da geht. Das sind unter Umständen deine Kunden, das sind deine Mitarbeiter, eben von den Leuten, mit denen du personenbezogene Daten irgendwie verarbeitest, dass man eben genau diesen Standpunkt oftmals nicht gefunden hat. Also es wurden Risiken für das Unternehmen betrachtet, alles wunderbar, aber eben genau nicht die der Betroffenen. Und da muss eine ganze Menge gemacht werden und das ist auch was, was ein Datenschützer wirklich zu beachten hat. Also dass er eben nicht nur die, er muss auch die Risiken für das Unternehmen betrachten, gar keine Frage, aber vor allem muss er die Risiken der Betroffenen betrachten. Und das ist ein Riesenthema. Genau, wie wir schon so oft gesagt haben, Anwalt der Betroffenen. Das ist die Position vom Datenschützer und das ist auch so ein Punkt mit, geht ja auch oft darum, warum, oder so das Naheliegende, viele denken, okay, wir machen jetzt in einem Unternehmen ein Projekt und gucken uns mal Datenschutz an, dann muss ja der Projektleiter der Datenschutzbeauftragte sein. Nee, eben nicht, weil das ist derjenige, der der Anwalt der Betroffenen ist. Das ist also sozusagen, der kann ja jetzt nicht sozusagen, ja, sich selber kontrollieren, sich selber das System machen, sondern da gibt es diesen Interessenskonflikt. Da habe ich einen schönen Spruch gekriegt mit allen, die ein C haben, wobei, da muss man wissen, was gemeint ist. Also das, was das C heißt, also das heißt quasi Sie, Chief irgendwas, also die schönen englischen Bezeichnungen, CEO, CFO, also der Chief Financial Officer, der Finanzchef, der Chief Executive Officer, wie übersetzt man eigentlich, Sprecher der Geschäftsführung meistens, ne? Und genau diese Leute, die hier quasi diese Leitungsfunktion haben, das ist eben der Interessenskonflikt, weil die gucken eben auf den Unternehmenserfolg, was ja auch richtig ist, also was sollte der Finanzer sonst tun, als sich darum zu kümmern, wie die finanzielle Zukunft der Firma aussieht, das ist schon sein Job und deswegen gibt es auch diesen Datenschutzbeauftragten, der halt quasi implementiert ist, aber als Kontrollinstanz, das heißt, es gibt sozusagen zwei Prinzipien, Eigen- und Fremdkontrolle und das Modell Datenschutzbeauftragter heißt halt, anstatt ich eine Behörde habe, die hier sozusagen die Firma prüft von außen, wie es jetzt zum Beispiel im Finanzamt ist und so, setze ich den halt in die Firma. Kann man machen, kann gut oder schlecht sein, ich will jetzt nicht diskutieren über die Vor- und Nachteile, aber so ist es, dieser DPO, Data Privacy Officer oder Datenschutzbeauftragte, das ist genau diese Kontrollinstanz und da gibt es halt auch diesen Interessenskonflikt und auch die Verantwortung sozusagen gegenüber dem Datenschutz, wie er gedacht ist, also als Anwalt dieser Betroffenen für diese Perspektive und vor allem dann weisungsfrei, das heißt nicht abhängig vom Unternehmenserfolg die Entscheidung zu machen, sondern in diesem Datenschutz-Folgeabschätzungsthema oder PIA, Privacy Impact Assessment, also sozusagen diesen Abwägungsprozess für, wie steht es so schön drin, für riskante Datenverarbeitung oder für Datenverarbeitung, die eben, wo es notwendig ist, dann genau diese Rolle zu übernehmen, aus diesem Blickwinkel die Themen zu betrachten und dann genau das zu managen. zu einer Empfehlung kommen, weil Entscheidung eben nicht, das ist nicht der Firmenchef, der entscheidet nicht, es nicht zu tun, sondern der empfiehlt es und guckt, dass dann klar ist, was da sein kann, was natürlich auch gut ist, weil wir hatten die hohen Strafen ja, wenn ich dann sage, ist mir egal, ich ignoriere das, dann kann einem das auch zum Nachteil werden und Also der wichtige Punkt, denke ich mal, da ist eben genau diese Fragestellung, zum Beispiel jetzt bei dieser Firma Avast oder bei dieser, ich weiß nicht, ist das eine Firma? Ja, ich glaube schon. Avast ist, glaube ich, die Kompanie. Ja, tatsächlich eben dann auch zu erkennen und auch klar zu machen, sich selbst klar zu machen und dafür wäre dann so ein Datenschutzbeauftragter natürlich schon auch eine gute Instanz. Leute, wir haben hier ein ganz bestimmtes Asset, nämlich das Vertrauen gegenüber unseren Kunden und wenn wir dann das tun, dann müssen wir das entweder sauber erklären, sodass da jemand auch damit umgehen kann, also als Betroffener, dann weiß, ja, die wollen von mir irgendwelche Daten haben, die werden dann halt irgendwie verarbeitet und irgendwo weitergegeben, dafür kriege ich das Ding dann umsonst, aber ich muss halt wissen, was da passiert und kann mich dann entscheiden, wenn ich das nicht möchte, das eben nicht zu benutzen oder eine andere Version zu benutzen, die man weniger kann oder was auch immer. und das ist genau so, diesen Bogen muss man irgendwie hinkriegen und da kann ein Datenschutzbeauftragter in so einem Unternehmen sehr hilfreich sein. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das Thema ist, er hat hier eine ganz bestimmte Rolle und das liegt, und das hat man ja auch schon mal so ein bisschen andiskutiert, die Mächtigkeit der Partner, die da miteinander zu tun bekommen, nämlich der Firma und der Betroffene, also der kleine User, der diese WIRN-Software da verwendet oder von mir aus Kunde ist bei irgendeinem Cloud-Anbieter, der hat natürlich eine viel, viel, viel schwächere Position gegenüber dem Unternehmen wie das Unternehmen ihm gegenüber und das muss man in irgendeiner Form ausgleichen. Eine Möglichkeit ist, das über Gesetz um Strafen zu machen, die andere Möglichkeit ist, es über Kontrolle zu machen und wie du auch schon gesagt hast, man hat sich hier schon sehr, sehr früh dazu entschlossen, eben nicht so ein zentrales Gremium zu haben, es ist eine zentrale Behörde, die alles kontrolliert macht, so ähnlich wie jetzt, sag ich jetzt mal, beim Finanzamt, war ein gutes Beispiel, sondern zu sagen, nee, das macht mehr Sinn, das in die Unternehmen reinzutragen mit einem Datenschutzbeauftragten und dann eine relativ schlanke Organisation, die dann darüber steht als Aufsichtsbehörde, dann guckt, dass das alles gut funktioniert und dass da entsprechende Vorgaben da sind und so ist das organisiert und ja, wir wissen nicht, ob es das Beste ist, aber es ist zumindest das, was hier angewendet wird in Deutschland schon ziemlich lange und es funktioniert. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, gut, ja klar. Aber es gibt auch schon immer was. Ich meine, dafür gibt es ja Strafen also, die waren jetzt kleiner in der Vergangenheit, aber was war das letzte jetzt so um Weihnachten rum? Eins und eins mit elf Komma noch was oder zehn Komma eins Millionen, auf jeden Fall niedrig zweistellig. Ja, aber schon. Ja, wenn du das hast, wenn die mir das überweisen würden. Ja, und wenn du jetzt so eine App rausbringst und sagst hier, wir lassen jetzt den Datenschutz weg, weil wir haben nur hunderttausend Euro Budget, dann bist du mit elf Millionen, da hast du viel Datenschutz machen können. Und was auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt ist, weil es auch gerne immer so ein bisschen so diskutiert wird, was nicht funktioniert, also das hat die Vergangenheit öfters bewiesen, ist, dass man nur durch Ansehen und Reputation auf dem Markt leidet als Unternehmen. Also wenn man da, ich sag jetzt mal, sich ältere Fälle mal anguckt, wo relativ viele personenbezogene Daten abhandengekommen sind und nicht nur abhandengekommen sind, sondern wirklich übelst ausgenutzt wurden und für andere Zwecke verwendet wurden und dann kam ja immer so die oder war früher zumindest sehr, sehr häufig so die Argumentation, ja, das ist ja dann auch ein Reputationsschaden des Unternehmens, da können die auch dran kaputt gehen. Meine Erfahrung ist, bei selbst bei sehr, sehr großen Verfehlungen, die es da gegeben hat in der Vergangenheit, dass da komischerweise so gut wie nichts passiert. Also ich kenne, ein Beispiel kann ich bringen, wo ich, wo ich selbst, ja, nicht wirklich betroffen, aber mit zu tun hatte, inhaltlich ein bisschen mit zu tun hatte, das war diese Geschichte mit Lufthansa, wo dann rauskam, dass sie ihre, diese Karten, wo du die Punkte da sammeln kannst, Miles in Moore, der wieder da ist, wo dann die ganzen Daten der Firmenkunden abhandengekommen sind, ja, und irgendjemand hat die da wohl irgendwie ausnutzen können und so, das war ein Riesenaufwasch in der Presse, das hat locker vier, fünf Wochen ein Riesenaufsehen erregt. Ich habe mit jemandem gesprochen, der da auch mit zu tun hatte, jetzt bei der besagten Firma und die Auswirkungen, also was man sich dann denkt ist, dann gehen da jetzt alle möglichen Leute aus diesem Programm raus. Kein Mensch wird mir diese Karte haben wollen. Nee, Geiz ist geil. Geiz ist geil. Null, da so gut wie keine Auswirkungen. Da gab es mal ein bisschen Anfragewelle, da gab es mal ein paar Leute, die dann erstmal gesagt haben, nee, aber so im Großen und Ganzen ist da praktisch nicht wirklich viel passiert. Und das ist das, was da meiner Meinung nach eben dieser Automatismus, der Markt regelt das schon irgendwie, funktioniert da nicht. Nee, und man merkt es ja auch, man hat ja dann als User das immer noch auszubaden. Also ich bin ja auch, meine Daten sind mit abhandengekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war bei Adobe. Und das ist eins der Hauptdinge, genau diese Daten, die kommen bei mir über Spamphishing jede Woche rein. Das heißt, das ist das auch noch Ärgerliche. Und ja, schade, da gab es die DSGVO noch nicht, weil sonst hätten die da mehr löhnen müssen. Aber der Produkt ist jetzt sich noch aus einem anderen Grund nicht ein, weil ich mag auch dieses, das hat man ja vorhin in der Cloud nicht, diese Abhängigkeit, ich habe hier jetzt meine Daten nur bei denen in der Cloud liegen. wie kriege ich die dann raus, weil das theoretisch ist es gelöst, aber rein praktisch und faktisch halt nicht. Du kannst die Software gar nicht mehr ohne. Ja, und die Lizenz, die dann weg ist, wie es jetzt in, war das Kolumbien? Ja, einfach abgeschaltet. zurückgezogen, dann sind deine Daten weg, weil irgendeine komische politische Entscheidung passiert. Also das sind alles so Sachen. Blöderweise auch nicht nur deine Daten weg, sondern du hast dein Arbeitsmittel, dein Arbeitsmittel geht nicht mehr. Das Werkzeug ist kaputt. Punkt. Dann nimmt einer das Ding einfach ab. Genau. Und das zur heutigen Zeit, dann nimmt einer den Computer weg. Kau Kriterium. Weil du eben fragtest, was für ein Textverarbeitungsprogramm arbeitest du. Also zum einen arbeite ich relativ selten mit wirklich einem Textverarbeitungsprogramm, aber ich habe mir jetzt, ja, der Bastel-Zauberer hat natürlich nicht nur so ganz normale Rechner zu Hause rumfliegen, sondern ich habe auch noch ein paar alte Amigas am Laufen und C64 und so. Und ich habe mir dann tatsächlich aus alten Atari ST-Zeiten gibt es Papyrus. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, ich habe Papyrus. Papyrus ist eine super Textverarbeitung. Das kenne ich. Große Fans davon. Die gibt es ja, glaube ich, auch noch aktuell. Gibt es aktuell, habe ich mir aktuell gekauft. Gibt es für den Mac und ist eine sehr gute lokale Software, die auch ein paar Sachen hat, die du zentral dann dazuschalten kannst. Aber da sind dann so Sachen drin, wie Dudengeschichten so mit Wortverwandtschaften und so ein Kram. Ist ein bisschen sehr, sehr mächtig. Ist halt eher zum Bücherschreiben gedacht, aber hat halt ein paar schöne Funktionen drin, wie zum Beispiel, wenn du größere Texte mal schreibst oder selber jetzt irgendwie mal kontrollieren musst. Da werden Wortwiederholungen aufgezählt, da werden Alternativvorschläge gemacht. Also wenn du immer wieder dieselben Art der Wörter verwendest, um bestimmte Sachen auszudrücken, kriegst dann immer gleich Alternativen vorgeschlagen. Also es sind schon ein paar nette Funktionen drin. Mit uralte Software. Zitieren, damit du auch deine Doktorarbeit nicht hinterschreibst. Ja, zum Beispiel. So schön ist, finde ich an dem Beispiel, das ist eine ganz kleine Firma in Berlin im Prinzip, die habe ich auf einer, auf der Büchermesse wieder entdeckt. Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt vor drei Jahren und da hatten die einen Stand und dann denke ich, oh, das hast du schon mal gesehen und das sieht auch noch so ein bisschen aus wie aus den 90ern, aus dem letzten Jahrhundert. Also so von dem Logo her und so. Nee, die Software ist sehr, sehr modern. Das ist auch alles neu geschrieben. Aber auch so die Art Firma, das ist halt keine riesen Bude. Das ist halt kein Microsoft oder so, auch kein Apple, sondern das ist halt eine kleine Softwarefirma aus Berlin, die sich spezialisiert haben. Und dann habe ich mir das da angeguckt und ich glaube, was habe ich damals bezahlt? 140 Euro oder so als Messeangebot und funktioniert. Und ich habe es halt auf dem Mac laufen und ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich mir einen Atari wieder so herrichte, dass er genug Power hat, dass man die alte Kann man den mit dem Raspberry oder so simulieren? Gibt es ja, gibt es ja. Aber sowas mache ich ja nicht. Aber wenn dann echt. Wenigstens einer muss in echt da sein. Oder zusammengelötet. Oder nachgebaut in TTL-Logik. Oder so, genau. Oder so. Wir wissen, was wir damit meinen. Der hört sich an, unsere Folge. Genau. Über dieses RC 2014 Projekt. Das war ein Z80. Nee, Quatsch. Das Vorprojekt war dieses Gigatron. Genau, Gigatron war es. Gigatron ist ein TTL-Rechner, 8-Bit, 8-16-Bit-Rechner auf TTL-Basis. Und wer jetzt nicht weiß, von was wir reden, dafür verlinken wir. Das könnt ihr euch anhören. Müsst ihr aber auch nicht. Ja, genau. Haben wir was vergessen? Dann schreibst du noch dein Buch, Dr. Dick. Dr. Dick. Dr. aber. Dick Tracy. Ja, nee. Aber haben wir was vergessen? Nee, sicher haben wir was vergessen. Logo, weil. Macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm, denn wir haben es ja vergessen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen wesen sie die Gesetzgebung und fragen ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.